hallo ich bin Ulrich und heute geht es um den Konrad Adventskalender für Raspberry Pi Tag 15 ist heute dran Tag 15 ich bin ja immer noch gespannt mit Tag 16 weil da sind irgendwie zwei Kästchen das kann lustig werden so da ist drin eine erneute RGB LED und ein Widerstand wie das jetzt laufen soll weiß ich jetzt nicht so ganz genau Moment ich hole erst mal wieder auf das ist mir jetzt ohne dass ich jetzt erst mal nachgeguckt hätte ein bisschen rätselhaft weil eine RGB LED sitzt drei Vorwiderstände voraus und da ist nur einer mit bei und wenn ich mich nicht verzählt habe habe ich ist das der siebte Vorwiderstand und ich habe drei RGB LEDs aber gut man kann nee nee habe ich jetzt wirklich nicht ich kann mir so auf die Schnelle jetzt keinen Reim drauf machen aber muss auch nicht wir gucken mal nach 15 Lauflicht Lauflichter sind immer wieder beliebte Effekte nicht nur für Werbung nicht nur für Werbung und Party Räume das Experiment des 15 Tages lässt sieben LEDs als Lauflicht leuchten die drei RGB LEDs werden jeweils nur mit einer Farbe angeschlossen ah ja so und jetzt habe ich gleich mal wieder ein bisschen was zu meckern ist gut wenn ich nicht meckern kann bin ich nicht wirklich glücklich so wer sich diese Schaltung mal anguckt schwarz weiß gedruckt eine LED ist blau und eine rot eine ist gelb und eine ist grün ja und jetzt Leute sagt mir mal welche ist denn welche aber gut das wird nicht so dramatisch nicht sein wenn die Farben da durcheinander kommen ich baue jetzt erst mal und melde mich dann wieder bis gleich das ist das finde ich immer ganz gut hier oben steht ja drauf was man so alles braucht und das habe ich jetzt hier zusammengestellt das sind die vier LEDs die drei RGB LEDs die sieben Widerstände waren komplex weil da musste ich entweder mit der Farbkodierung arbeiten 220 Ohm Widerstände raussuchen oder ich musste gucken welche drei ich hatte zehn Widerstände mittlerweile aus dem Länder rausgeholt welche drei nicht andere Farben haben als die anderen sieben Steckbrett und das ist was aber man kann die RGB LEDs auch einfach hier mit einer Hand geht das schlecht hier hinten reinstecken das geht also von relativ problemlos ohne da irgendwelchen Unfug mit irgendwelchen Brücken zu machen gut jetzt baue ich erst mal das ist jetzt die Schaltung da sind die drei RGB LEDs die Farben gehen Kraut und drüben durcheinander ich habe keinen Plan welche Farbe wohin muss es war schon ich habe mich jetzt entschieden die man nicht mit brachialer Gewalt da reinzustecken sondern die Brücken wie sie hier vorgesehen sind zumindest so ähnlich zu bauen das führt zwar jetzt dazu wenn man hier von der Seite guckt dass die weiß dass die RGB LEDs etwas vor den Farben stehen aber gut im Zweifel wenn man das wirklich bauen würde würde man das ja nicht auf so einer Platine machen sondern in so einem Gehäuse und dann werden die auch gerade hier geht es ja zum Verständnis bei den Kippus da hinten habe ich jetzt mal drauf geachtet na sagen wir mal besser ich habe versucht darauf zu achten dass die Farben auch richtig angesprochen sind so hier passiert was interessantes da oben ist ja die Krabbe wenn ich jetzt sage grün okay gut jetzt Tag 15 gut funktioniert kann man sich stundenlang angucken und wir gucken uns das jetzt auf dem Screen Recorder nochmal an wie das Programm läuft welche Eigenarten und ähnliches bis gleich da bin ich wieder im Hintergrund seht ihr hier das Lauflicht die Schaltung und die gucken wir uns jetzt mal hier in dem PDF an von Konrad fünftens Lauflicht wir brauchen das hatte ich ja so das ist die Schaltung wo ich mich auch immer wieder darüber ärgern kann ist dass das hier hätte man das nicht für ja ich weiß es macht einen Unterschied ob man es für 29,90 oder für 31,90 verkauft dann hätte man sogar vielleicht in Farbe drücken können ich weiß auch jeder verkaufte Adventskalender macht den Mercedes vom Herrn Konrad einen größer gut aber das hier in schwarz weiß zu drucken ist eine Herausforderung weil man kann hier nur Pinöpel zählen muss man das sehr genau nehmen ja muss man weil sonst dieses Lauflicht ja hin und her springt und nicht so ihr seht die LEDs laufen hier ich weiß nicht ob die Kamera das richtig aufnimmt dann gehen wir mal ans Programm da ist nämlich wenn ihr mich fragt ein bisschen was interessant drückt man es mal so aus hier wird Pin 11 auf ON gesetzt dann Pin 11 auf OFF Pin 12 auf ON 12 OFF 13 ON 13 wird wieder ausgeschaltet 16 ON im ersten Moment interessant fand ich weil bei den anderen Programmen wo wir sowas hatten wurden erstmal die Zustände von den das war bei diesen Ampeln da mit teilweise vier fünf Farben drin ja wurden ja erstmal alle fünf Farben definiert Rot ist jetzt an Gelb ist OFF Grün ist OFF und Fußgänger Rot ist auch OFF und Fußgänger Grün ist ON das wurde ja erstmal definiert und dann wurden ja nur immer die Schaltzustände geändert das ist hier anders aber die Frage die interessante Frage die sich mir jetzt stellt ist bei diesen Fußgänger Schaltungen ob das da nicht genauso gemacht werden könnte diesem Lauflicht da unten kann man noch stundenlang zu gucken in diesem Sinne als nächstes kommt Fach 16 RGB LED mit Sensorkontakten steuern da sehe ich schon genug worüber ich mich wieder aufregen kann bis Tag 16 Tschüss ich hole mich wieder auf puisse Untertitelung des ZDF, 2020